Hi, ich bin Martin von Martin redet und ich bin Hochzeitsredner. Damals, als ich angefangen habe, war ich noch der Martin, der alleine redete. Martin redet. Jetzt, ein paar Jahre später, sind wir ein Team aus über 120 Rednerinnen und Rednern, verteilt in ganz Deutschland. Wir sind das Team Martin redet. Und als Hochzeitsrednerin oder als Hochzeitsredner beschäftigen wir uns tagtäglich mit so wunderschönen Themen wie Liebe, Leidenschaft, LexOffice. Ja, denn ich liebe LexOffice einfach. Damals als Solo-Selbstständiger, wie heute als Geschäftsführer und Teamchef, spart es mir unheimlich viel Zeit und ich habe immer alles live im Blick. Super intuitiv zu bedienen, super übersichtlich und einfach zuverlässig. Und, richtig gut, LexOffice entwickelt sich permanent weiter. Ich fühle mich einfach richtig, richtig wohl. Es gibt automatische Rechnungsnummern, die Belege werden super easy erfasst und es gibt einfach immer hilfreiche Tipps, was wie zu tun ist. Und falls doch mal eine Frage offen sein sollte, der Support ist spitzenmäßig, immer schnell, immer freundlich. Buchhaltung voller Leidenschaft und Liebe. Das passt also.